Romatra lad die Welt, Wall of the Trimaxx hier, wir zocken weiter Raft, überleben auf hoher See, zusammen mit Chefstroby, Romatra und Reapers, ultra geil, riesen Update, wir haben von vorne angefangen, ultra süchtig, deswegen streamen wir jetzt schon am Mittag, viel Spaß mit den Highlights, wird einfach nice. So, ich geh mal auf die Insel hier, ja? Ich hab Palmsam, Palmsam, Palmsam ist strong. Da musst du dir wahrscheinlich noch bestimmt Dings untersuchen. Komm mal hier hoch. Wir sind Melonen, Melon Golem. Hier, die Kiste gefunden. Noch stärker. Hier, was ist das? Gemüse, Rezept Gemüsesuppe. Uh, könnte stark sein. Äh, hier, Wassermelonsam, Max, kannst du die mitnehmen? Auch gut, nimm mit, wo, ich komm gar nicht hin. Nimm mit, nimm mit. Wie denn, alles voll? Nee, du kannst nicht auf jede Insel mit vollem Mental gehen, da dreh ich langsam durch, jetzt reicht's mal. Dann weiß ich, ich höre es die Melonen ins Lern, dann komm ich. Das Haus ist jetzt auch voll. So, Samen dabei. Ich seh hier oben kein Schwarm. Kann ich dich hier für dich einfach anpflanzen? Nein. Hi, greift an. Was passiert? Hier greift ein Netz an der Assi. Lass es. Ich repariere das Netz, habe das Netz repariert. Das Gemüserezept benutzen wir wie? Ah, guck mal, das sind vier Kartoffeln und vier Rüben. Oh mein Gott, echt? Ja. Hier, weiter, guck mal, Max, hier für dich? Du musst dann, wir können ja noch Schalen machen. Guck mal hier. Da rein, da drin ist es. Ja, aber haben wir denn jetzt schon eine Kochtheke? Brauchen wir da für einen Topf einfach nur? Ach, ich kann ja einen machen, wenn du willst. Brauchst du einen? Ich baue einen Topf. Ich habe einen schon eingebaut. Ach, das ist sogar das Ding, was wir brauchen. Was ist das? Zeig mal. Mach ich sofort. Dann mach nochmal. Wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch so Suppenschalen bestimmt, oder? Tonschalen. Die ganze komplette Küche einfach dann. Ich mach uns schnell Tonschalen, okay? Hier. Was mach ich das Rezept? Ich bin der übelste Koch. Ich bin der Farmer und der Koch. Gemüsesuppe. Vier Kartoffeln, vier Rüben. Wo ist das? Ist das hier das Ding? Ich hole mich. Schillig, oder? Dann musst du das hier mit den Tonschalen raus. Ey, Leute, ihr hattest das Überleben auf hoher See und ich bin einfach jetzt ein Drei-Sterne-Koch. Gibt's nicht. Gibt's. Ich bin's. Ich hab zwei Sterne, das ist das Maximum. Naja, deswegen. Wenn du auf dem einsamen Floß bist, gibt's neue Regeln. Wir haben grad so krank viel Essen, das geht jetzt gut ab. Maximum? Ey, Max, wo ist das jetzt gekocht? Ich kann hier gar nichts rausnehmen. Ich kann nichts gekocht. Ich hab keine Kartoffeln und nichts. Ich weiß auch nicht, wie's geht. Ich hab jetzt hier... Ich mach das. Ich hab 20 Schalen, Max. Hier, nimm die bitte. Du bist der Koch. Das mag's nicht, wenn ihr das macht. Schnell pennen. Ja, pennen. Los geht's. Penn, penn, penn. Chef Strom, ich seh dich da stehen. Du hast doch was gemacht. Was hast du da gemacht? Die Möwe getötet, hab die Möwe gelootet. Du hast sie gestreichelt, du Asi. Ich hab schon da ein Verhältnis mit der Möwe. Hä? Die Möwe. Getötet, sagt er. Du Scheiße. Du hast sie gestreichelt und gefüttert. Du hast ja schon unser letztes Essen der Möwe gegeben. Dein Verhältnis mit der Möwe, Alter. Das war Asi. Ich hab das genau gesehen. Kann das jemand ein Clip? Man hat genau gesehen, wie du sie gestreichelt hast. Wie man wieder das Clip her rausholen, ne? Max, ich werd auf jeden Fall deine Bäume hier wegbauen. Oder du tust sie nach rechts. Aber die Bäume können da nicht bleiben. Na, lass sie erst mal einmal durchwachsen. Vorwahrscheinlichkeit. Können die da nicht bleiben. Ja, ist okay. Lass sie aber einmal durchwachsen. Da, ich läd dir da hin, die Ruhmkartoffeln. Kannst du das hier anfeuern? Braucht das Planken hier gerade? Äh, ja. Was muss man drücken? Hab ich. Aber du musst... Beginne mit dem Kochen. Ah. Aber es ist noch zu wenig. Das waren zwei. Was soll das? Du brauchst auch vier. Noch mehr jetzt reintun? Ja, nochmal zwei Rüben. Guck mal, da steht doch mal vier. Du hast doch jetzt erst zwei, zwei reingemacht. Oder heißt das zwei, zwei? Er ging nicht. Ich konnte nicht mehr hinpacken. Okay, dann ist doch vielleicht richtig. Guck mir mal. Da bin ich gleich mal gespannt. Ich auch. Ich will auch mal vom Gemüse einen Topf probieren. Vier, egal was steht da. Ach, da steht vier von einem. Ah. Also du kannst auch nur Rüben oder nur Kartoffeln reinmachen. Guck mal. Digga, dann hab ich eine Kartoffelsuppe einfach. Ich würde mal einen Dings geben. Einen Ton. Geht nicht. Schöpflichen. Ich mach das. Geh weg, geh weg. Mach Sachen. Los, lauf. Ich mach dir das dann. Oh, ist aufgeploppt. Was ist jetzt hier passiert? Errungenschaft. Pick-up Gemüsesuppe. Konkorschen. Was? Wie hab ich davon jetzt? Eine Gemüsesuppe. Wie viele Dings gibt die? Wer von euch ist trinken am lowesten und essen am lowesten? In Kombination. Ja, ich hab richtig wenig. Hä? Ich hab wirklich wenig. Hier nehmt 20 Planken dafür. Okay, gut. Der Strobel nimmt die allererste Gemüsesuppe. Die steht, die ist extra OP steht da. Die erste jetzt mal. 20 Planken sagst du. 20 ex. Und? Das war ja, es muss ein 20er sein. Das gibt mir Essen und nochmal ein extra Essensbalken. Was ist das für ein Essens-Extra-Balken? Der ist nochmal so, der Essensbalken wird größer und dahinter kommt immer so ein kleiner grüner Essensbalken. Hä? Das ist so ein extra Balken. Der ist jetzt gelb bei mir. Ich weiß nicht, was der bedeutet. Das ist jetzt so hell, weißt du? Ach, gelb heißt der. Gelb hält länger. Also das hält dann länger, das Essen. Das ist so ein Floß. Suppen können die mehr als das Maximum geben und halten noch länger. Das ist krass. Suppen sind OP. Suppen ist das Stärkste, Suppen ist sehr Late Game. Die Suppe geht übers Maximum hinaus. Alter, so stark ist die Gemüsesuppe. Okay, ich habe das Rezept einfach random in so einer Truhe gefunden. Nicht anziehen, die gehen dann kaputt. Woran geht die kaputt? Ich habe die ganze Zeit Angst, passiert nichts. Wie habe ich hier? Wer will als nächstes die Gemüsesuppe? Ich will. Mir geht es relativ gut. Ich brauche dann die nächste. Mir geht es am schlechtesten. Und ich sollte mir die jetzt reinhauen? Ja. Ich haue sie mir rein. Wie fühlst du dich danach? Ich fühle mich gut. Ich stelle mal eine Gasmaske auf, Mann. Ja, das Essen funktioniert so gut. Ich habe es mitgenommen. Der Strom hat sich halt schon selbst verloren gekübt. Der hat einfach... Ja, ich war... Nee, nicht lachen, Chef Strom. Das ist schlecht. Dadurch hat er Flossen an? Ja, der hat er Flossen an. Ah, so ein Wichs. Er lootet alles, der nimmt alles, der lootet... Und er hat mir voll viel Dings gegeben. Plastik und so. Da war einfach nur Stein drin. Ey, das läuft gerade extrem geil, was wir hier machen. Das macht doch einfach sehr viel Spaß. Das ist das Problem. Hinter der Insel ist gut. Fläche, wenn ihr Ressourcen braucht. Und Matra, ich baue einmal alle Anbauflächen ab, weil die echt nerven. Das schwingt gar nichts. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Vielleicht kommt das später noch. Vielleicht kauft man später noch irgendwie einen Dünger, oder? Weißt du? Ich habe keine Ahnung. Nee, du sie abbaut, du sie ab. Ich habe keine Ahnung, sie abzubauen, um ihn herumliegen zu haben. Andern nass gefunden. Aber Andern nass kannst du auch nicht anpflanzen, weil die auch keinen nass sind, oder? Ich bin so schnell geworden. Was ist die die Höhle, die ihr meintest? Ich habe eine Höhle gefunden. Gewonnen. Die ist nix. Ich will jetzt mal selber eine Suppe trinken. Habe ich jetzt bisher noch einmal selber eine Suppe getrunken? Da! Trinken. Nein. Hä, wo seht ihr die? Das spielt so gut, Chat. Ich habe sie gefunden. Das ist sie, oder? Das habt ihr gesehen? Holy shit! Wieso macht sie denn so viel Essen? Hier ist einfach gar nichts in der Höhle. Nichts. Das meint ihr doch, oder? Hier ist einfach nichts drin. Nichts, gar nichts. Holy shit! Jungs! Jep! Wir können zu einer sehr großen Insel fahren. Lass es knacken. Die Tau, also hier, ich habe sie jetzt hier oben, denkst. Also, Romar hat das sehr gut gemacht mit dem zweiten Stockwert. Ja, du hast mich nicht, aber ich werde das da wieder abreißen. Das war echt, also, das ist so in Ordnung, dass wir da erst erstmal hinfahren können, aber ich werde das da oben... Ja, du kannst dich wieder abreißen, dann lass doch erstmal da hinfahren, dass wir nochmal krasseren Stuff bekommen. Mein Gott. Guck mal, was... Ja, lass das machen. Ich bin Fischer Strobel Skoll. Und dann kannst du abreißen, was du willst. Ich weiß nur nicht, was hier Nummer wechseln ist und Anzahl erhöhen, aber wir fahren jetzt erstmal dahin. 1594 Richtung Nordosten. Ich hasse. Okay. Los geht's. Ich schau nochmal kurz auf. Dann beginnt jetzt die Story von dem Game so ein bisschen. Anker wird weiter, wird hochgenutzt. Jetzt beginnt die Story von dem Game. Du machst Essen sehr dringend. Du musst die Richtung kollen. Tschüss, Drobel. Warte, ich sag's dir gleich. Du hast gesagt, du brauchst Essen sehr dringend und hast hier reingeguckt und hast es einfach so hingenommen? Das ist sehr gut, dass du da so viel Essen drin hast. Das ist Essen für drei Wochen, das läuft ab. Wir brauchen einen scheiß Kühlschrank. Wir brauchen mehr Leute auf unserem Floß. Wir müssen die Leute einfach einladen zu uns. Verstehst du das? Irgendein Sub mit uns wird gestrandet werden. Das ist die Frage. Hä? Wieso kann ich kein Wasser da reinfüllen? Ähm, ich werde jetzt gleich gucken, wo wir hinfahren müssen und dann Abfahrt. Reapers, du musst jetzt genau verstehen, was der Strobel macht. Was macht er? Weiß ich nicht. Du erklärst ihm, Tryamax. Erklär du es ihm. Wir werden jetzt eine, also, wenn's jetzt doch so ist wie vor dem Update vor zwei Jahren, ich weiß nicht, was die verändert haben, werden wir jetzt gleich etwas sehr krasses finden. Ja, was machst du? Woher hast du das? Warum weißt du das? Ja, weil wir damals das vor Dings schon gespielt haben. Aber nicht mit damals und so, Chef Strubbe. Das ist doch schade. Ja, ich sag ja, eventuell, vielleicht haben die auch was geändert. Aber wir werden das alles... Wir werden jetzt Koordinaten erhalten. Und da fliegen wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin. Da gibt's ein Signal. Von dem PC. Ja. Genau. Da ist jemand, der gibt uns ein Signal und der sagt, yo, help, kommt her. Okay, krass. Und da fährt Chef Strubbe jetzt hin. Du warst Chef Strubbe, der Laber mit irgendwelchen Patches und da mal... Sagst du einfach, wie es ist. Ja, aber guck mal, das hier rechts gab's damals nicht und du kannst mittlerweile ein Buch finden und kannst die Zahl eingeben und dann können wir noch krassere Sachen finden. Das ist ja neu. Das ist richtig, das ist richtig. Wir wollten hier an die Insel anlegen, oder was? Ja, mach ich jetzt. Anker werfen in fünf, vier, drei, zwei, eins. Anker geworfen. Wir sollten jetzt runtergezählt. Achso, weil wir bei der Insel sind. Tschüssi. Max, ähm... Oh, wie viele Subshare vorlesen musst, Alter. Ja, ich war kurz, meine Freunde, aber ich frag, was sie zuerst machen will und ich hab ihr kurz gesagt, äh, was ich Bock hab. Okay, I see. Ich würd gern was Geiles, willst du was Seltenes finden? Das fehlen mir irgendwie. Ja, das stimmt. Wir wollen so Silber finden. Kommt gleich. Ja, komm, dann kommen wir ja drauf. Du weißt, du kannst gar nicht vorstellen, was alles noch kommt. Wir sind vor allem im Early Game. Okay, okay, das wollte ich hören. Deswegen stürzt mich so, dass ich nicht einfach kurz das Boot fertig bauen kann, damit ich andere Sachen machen kann. Okay, dann fahren wir weiter. Trotzdem zweite Segel dann auch. Immer weiter. Diese Melonen, die kannst du hier rein snacken. Hast du zwei Segel gebaut, Schiffstrubbel? Ja, das ist so. Ist ja egal. Bringt das was oder bringt das nichts? Nein, angeblich nichts. Egal, jetzt haben wir da zwei. Ich hab Wasser Melonenkerne. Brauchst du die noch? Du kannst doch nicht ganz schnell auf deinen Chat hören und uns fragen. Ne, äh, ja, bring mit, bring mit. Ich bring dir mit. Kommst du die first? Ey, mir gefällt das. Mir gefällt dein, dein Beet hier. Ich finde, das sieht ordentlich und gut aus, Max. Jetzt die Z ist fine aus und es ist nice und die Grills sind hier und hier wird dick gekocht. Das hast du, also Props, dass es nicht scheiße aussieht. Ja. Weil oft baust du Sachen und die sehen einfach scheiße aus. Und das sieht gut aus, ist sinnvoll. Das erste sieht immer kacke aus und das zweite sieht dann so aus. Hey, alter Mann. Hier, deine Melonen-Samen. Dann tue ich sie hier hinten rein, die Samen. Ich brauch zwei Planken. Hier, dann tue ich dir die Samen rein. Das ist meine Geheimkiste. Das ist meine Geheimkiste, weil ich sie keine haben soll. Das ist meine Geheimkiste, Max. Tu sie, tu es aber rein, aber sag es keinen. Okay. Hattet ihr für euch ne Axt? Hattet ihr für euch ne Axt? Ja, ich hab ne Axt. Kannst du hier ein Loch rein schlagen, hier? Was? Ja, da müssen wir nie, sonst muss immer so weit zum Wasser laufen. Kann das ich mit X machen? Ja. Nein, 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 die tun wir weg, die tun wir weg. Die fahren mich gerade ab. Das finde ich so geil und rough, dass Max hier keine geheime Kiste bauen kann. Weil es nicht geht. Nein, eine geheime Kiste, ich hab jetzt nur eine Anbauflächen reingetan. Ich möchte, dass das jemand einfach verkackt oder so, weißt du? Mhm. Mhm. Da sind Samen drin und Anbauflächen. Das ist doch scheißegal. Sure, bro. Da sind so viele Kunststoffe in meiner Kiste. Okay, er kann nur fünf. Er kann nur fünf. Aber dann, Alter, oder gib mir mal deinen Paddel kurz, Romatra. Max? Batterie kommt, für dich? Gib mir mal kurz ein bisschen Plastik dann zurück. Ich hab dir hier vorhin Plastik reingelegt und irgendwer hat... Hast du alles genommen? 20, 20. Achso, ich erinnere mich, wie das war. Ich glaub, man muss die Batterie reintun, dann feuert er. Und jetzt musst du Wasser wahrscheinlich noch reinfüllen, oder? Hab schon Wasser reingefüllt, Ultrafeels. Das ist fünfmal Wasser reingefüllt worden. Künstlichkeit einfüllen. Ah, weil es schon bewässert ist? Aber macht's dann automatisch, oder was? Ah ja, guck mal. Geht das auch hier hinten? Mal gucken. Ach, die kann ich noch nicht rein. Und ich mach mal hier. Ja, das sieht doch gut aus. Nee. Weiter. Da ist der Bereich begrenzt. Hier vielleicht? Ja, hier, bis hier geht das. So war das nämlich. Du musst mal die Batterie rein- und rausmachen. Wenn du Batterie reinmachst, dann zündet sie. Verstehst du? Mhm. Ich auch nicht. Ich glaub, der Sprinter war sogar gut, weil das extrem viel Wasser spart. Das kann sogar gut gewesen sein. So ist richtig. Nur wenn es links ist. Wenn es jetzt links von dem Computer ist. Du musst einfach nur erstmal eine Richtung fahren. Danach machen wir das, hab ich doch gesagt. Okay, jetzt tue ich mal die Batterie wieder rein. Das Ding ist, das liegt meistens immer auf dem Weg. Das ist meistens immer die Fahrtrichtung. Einfach in eine Fahrtrichtung, bitte. So, ich hab jetzt genug gekocht. Wir haben jetzt ungefähr 400 Kartoffeln. Tschuldig. Das hier ist die Kostekiste. Ich brauch Essen. Ich hab ein neues Rezept. Wo bist du? Was hast du denn für eine Sprengleranlage hier? Was ist das denn? Benötigt Wasser, ach Moin. Max, Max. Ja. Guck hier rechts, bei Blau. Was soll ich gucken? Okay, bei Blau, was da ist. Für dich. Ich mach mir noch eine Flasche jetzt. Bei der Blauen Ding, guck mal, was da ist. Ah ja, hier. Was ist das? Alanas, Mango, Früchtekompott. Viel zu kompliziert, wenn ich nicht einmal gucken. Doch, Kunststoff. Aber geil. Warum sammelt sich denn so wenig? Was hat denn hier ein Problem, Alter? Ja, ja, es wird nur auf der Route gesammelt. Nur auf der Route wird gesammelt. Wir sammeln ja gerade gar nichts. Aber weiß man, was die... Hä, es gibt nur eine Route, oder was? Wenn man sich treiben lässt, ist man auf der Route. Sobald man paddelt oder das Segel macht, was nicht entlang der Route geht, finden wir keinen Treibroute mehr. Da ist es. Ich seh's, ich seh's. Es ist gigantisch. Wo? Da, geradeaus. Kommt geradeaus? Oh mein Gott, der Hai hat Probleme. Jetzt hat er auch kein Paddel mehr. Hört ihr mich? Wir bauen einen Paddel. Da braucht ihr eins. Ja, kannst du mir eins bauen? Sag mal, wenn der Hai vom Floß wegkommt. Bisher sieht er mich nicht. Ich mach hier gerade die Heldenaktion. Ich hol uns die Planken. Aber das sah man nur geradeaus. Jo, ich seh's ja. Nicht wegfahren. Ich bin richtig weit weg von euch, ne? Mach schnell, schnell. Ich fahr schon voll weg. Los. Zurück. Wo ist er denn? Wo ist Max überhaupt? Ich hab... Wir haben... Wir brauchen unbedingt Planken. Nein, ich hab doch jetzt. Wir haben nur... Hä, wir sind doch schon zu zweit holen. Warum gehst du da jetzt auf? Geht ihr ganz kurz zu mir fahren? Nein. Komm zurück. Wir wissen nicht mal, wo du bist. Komm zurück einfach. Ich seh euch nicht mehr. Ich seh dich auch nicht. Hoffentlich hast du nichts allzu wertvolles in deinem Investor, wenn du so bist. Ich hab alles zu wertvolle. Fünf metallbaren Batterien. Du bist scheiße. Wo bist du denn? Hä, warum schwimmst du so weit weg? Wie dumm. Du verstehst auch nicht. Digga, wir wissen doch gar nicht, wo du bist. Ich seh dich nicht mal mehr. Er taucht. Deswegen sieht man ja nicht. Kannst du weiter paddeln? Hi, komm, hi, komm. Ich weiß nicht, wo Max ist. Ich will nicht weiter paddeln. Perfekt abgewährt. Wer ist hier? Wo bist du denn? Hier ist der. Paddel weiter geradeaus. Ich paddel weiter. Los geht's. Oh, der hat sich direkt hinter mir. Hoch, 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 hoch. Hopp. Digga, ich bin einfach wirklich... Okay, weiter paddel weiter. Jetzt sieh ich's wieder. Zack. Zack. Double hit. Ich seh's. Ich seh'n Turm. Oh mein Gott, das ist hoch. Das ist jetzt... Nicht spoilern. Wir wollen wir so spoilern wieder. Ich würde sagen, das ist das 4Late Game. Oh, da wird das interessant gleich. Nicht spoilern.